Digga, ich weiß nicht, ob das Leute überhaupt hier wissen, ich hatte früher den erfolgreichsten Pro-Club, den es weltweit gab, der hieß nämlich Armageddon Pro, weltweit, ein Jahr lang in FIFA, 2000, lass mich nicht lügen, 10, 11, 12, irgendwie sowas, das war glaube ich im ersten Jahr, wo FIFA Ultimate Team rauskam, ey, wie nenne ich, wie nenne ich meinen, meinen Charakter, also Armageddon, ist ja logisch, Maradona, Digga, der gefällt mir sogar mehr, ey, Jungs, jetzt mal eine Sache, okay, hört mir jetzt ganz genau zu, bevor wir jetzt unser erstes Match machen, ich möchte, dass das hier, ey, Digga, wir spielen hier mit zwei Fußballprofis, okay, also ich möchte, dass es wie auf dem richtigen Platz ist, dass nur der Ball dann angefordert ist, wird, wenn man auch wirklich frei steht, Digga, Jungs, ich raste hier sonst wirklich aus, ey, ich hab hier eine Baseball-Club. Ey, gib mir mal die Binde, gib mir mal die Binde. Jungs, ey, hallo, machen wir das ab jetzt so, wer hier am lautesten schreit, der hat dann recht, oder was? Jungs, Jungs, ich will, dass der Ball nur angefordert wird, wenn man auch wirklich frei steht, okay? Okay, Jungs, ab geht's, ab geht's. Ey, wie viel Sternenskiller bin ich? Drei. Ach, du Scheiße. Komplette, hör auf, du Skill. Arma, Junge, da bist du doch. Oh mein Gott. Fehlpass hier wieder. Was für ein Fehlpass, Digga, guck mal, wie ich nach hinten arbeite, guck mal, wie ich laufe. Wer hat da angefordert, wer ist dieser Grün-Kopf? Aber, aber, der muss doch ankommen da, ne? Da ist der Grün-Kopf. Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Selber, selber, und jetzt über außen. Oh. Oh mein Gott. Mach ihn. Ja! Oh, wer war das, wer war das? Ah! Bruder, wie kann er dich machen, ja? Du, neuer Verein, wir, komm mal, komm mal, komm mal, mach ihn. Ja! Marius! Marius! Ja, das bist du. Wollung, wie siehst du denn aus? Das bist doch nicht du, Marius. Digga, denkst du, denkst du, du siehst aus wie Sané? Bro thinks he's fucking black. Was ist das denn, Digga? Aber mach es einfach 31, glaube ich. Wie groß hast du dich gemacht für 200, Scheiß? Digga, ich bin so klein. 6,6 Erwertung habe ich gerade. Ah, ne, nis. Digga, ich wollte den Bot nicht anspielen. Oh mein Gott. Das war so ein Traumpass gewesen, aber ich bin halt Rechtsfuß. Schiri! Schiri, du N***! Hey! Erster Forsten. Jawohl. Schön, 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 schön. Schön, Marius. Jetzt, jetzt! Du we... Okay, ab jetzt, Marius, es steht ja 2-0 so. Jetzt kann man nochmal abspielen, so, weißt du? Ich bin doch nicht eigennützig, Jungs. Köppes, komm her! Passi! Komm her, mein Junge, komm her! Ja, ja, ja! Jawohl. Und gleich in Rückraum, Marius. Gleich in Rückraum. Oh, Mann, Mann, Mann. Marius, jetzt ein, zurück, ja? Oh, ja. Nein! Vater! So schön gespielt, Jungs. Wahnsinnig gut gespielt. Ich bin so stolz, ich habe Tränen auf. Ich spreche den jetzt so, die Beine. Ach, Mann. Ja, Männer. Ja, sag Männer. Erster Sieg, Jungs. Der erste Rage-Grid. Jungs, alle jetzt ein Bierchen aufmachen, komm. AMG, ein Verein, der unser Herz zum Rasen bringt. Also wie ein AMG-Motor, verstehst du? Oh, Mann. Mach ihn! Oh, mein Gott, Digga. Ich bin halt aber auch kein Linksfuß, ne? Ja, gehen Sie kurz bei dir, auch mal. Jetzt geht's hier. Digga, auch Messi hat auch mal eine Kopfwelle gewonnen, Digga. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Also früher konnte man auch noch während des Spiels auf alle wechseln, ne? Was macht der? Ey, was macht der? Computer da. Ja. Geiler Torwart. Hier, noch ist nichts verloren, Männer. Nein, nein, nein. Komm, Männer. Spiel geht 90 Minuten, Jungs. Ey, ich habe gar nicht angefangen. Ey, spielt zu mir. Oh, ist das schlecht, Digga. Das ist ein Wahnsinnsfall. Warte. Wir haben das. Komm, Wohl. Drinbleiben. Jetzt. Ja! Richtig! Und weiter, 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 weiter. 61. Jungs. Jetzt nicht aufgeben. Glücklupp. Ja! 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 Und es gibt ein kleines Süüüü. Ah, man weiß es nicht so richtig. Diese Mentalität in diesem Team, die kann nicht gebrochen werden. Wir drehen das Ding. Hier wird es gedreht. Nein! Aber mach dich linksfuß. Ja, ich mach mich echt linksfuß gleich. Spiel doch! Wir kriegen so ein Konter jetzt. Ja, wir kriegen so ein Konter jetzt. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Jawoll. Ja! Ich will außen, schön. Ich bin tot, ne? Also meiner ist tot. Meiner fällt gleich vom Glauben ab. Jetzt! Mach ihn! Schieß! 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 Schöner Schuss! Schöner Schuss! Wir gewinnen das, Männer. Wir gewinnen das. Natürlich gewinnen wir das. Ah! Pasti, das weißt du, ne? Weißt du selber gerade, ne? Ich hole den. Den holen wir. Schossi! Oh mein Gott, der war so schön gewesen. Ich hätte dir einen gelollert, ne? Ich würde sie holen dir. Stark den Villiers, ne? Kann nicht mehr, Männer. Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig! Mach ruhig! Alter! Hey! Wieso geht da keiner hin? Mach ihn! Schieß! Passi! Schade! Schade! Schade, 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 schade. Mach den weg, den Pisser! Ja! Ja! Ich bin Mitte! Ich bin so gut! Eigentlich sollte der auf Amar, aber ich weiß so. Rufstark, Rufstark! Ja! Pressing, Jungs! Pressing, Pressing, Pressing! Ständiger Druck! Ja! Ja, das ist der Druck da! Nein! Hä? Was macht denn der Bot? Jawoll, Digga! Oh, ja! Digga, vielleicht ne halbe Stunde später noch, oder was? Was? Jaaaaaa! Jaaaaaaa! Jaaaaaaa! Er war nie weg! Ganja-Boy! Ey, passen meine Haare nicht an! Schau mal unsere Fans! Degas! Gut stehen jetzt! Oh, gut stehen! Nix mehr anbringen lassen! Ah ja! Bleibt hinten, Jungs! Ey, unser Dembélé da in der Innenverteidigung! Ah, schön, Marius! Genau so! Oh, nein! Ja! Marius, mach ihn weg! Ja! Und weg! Weg da! Jawoll, Jungs! Ey! Oh mein Gott! W's rein da! Also, was ein schönes Spiel, Jungs! Wirklich! Großes Kino! Das ist wirklich großes Kino! Ganz, ganz großes Kino! Boah, Top-Performer hier auch nochmal! Wir verlieren kein Spiel, Männer! Keins!